Jeden Morgen, wenn Sie Ihr Haus verlassen und zur Arbeit fahren, haben Sie dann nicht auch genug von weichgespülter Musik und verzerrten Mainstream-Nachrichten aus Ihrem Autoradio? Und es gilt auch der Satz, so mitschreiben, die Rente ist sicher. Ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Leute, Leute, wir müssen dringend zurück in die Zukunft. Hallo Deutschland, ihr hört Antenne frei. Mit Antenne frei hören Sie 24 Stunden am Tag, echte Musik und echte Nachrichten. Streamen Sie unser Programm über Bluetooth in Ihr Autoradio.